So, jo, hier Manny C6, willkommen bei Desidia, da steht da Final Fantasy Network, ja, wieder scheiß Open B-Test, was wie auch immer, so, ah ja, so, wieder ausprobiert hier, aus Japan halt, Kannst ja schon denken, warum das Video eine Minute rumgeht, ja, weil die ja so wunderbar geklappt hat, klappt nämlich gar nichts, wie immer, so, hier ist ja schweißer Bildschirm, tausend Jahre, ich weiß nicht, wie lange der Laden muss, fünf Jahre oder was, keine Ahnung, hey, Heute geht ja nur in Japan, hier in Deutschland ja nicht, und Amerika und nicht, keine Ahnung, ja, schön ist Final Fantasy, naja, gut, aber wenigstens hat man ja im Cover ja gesehen, dass da alle Leute dabei sind, der Cloud ist dabei, äh, der Wahn, jene Noctis, vom, äh, vom achten Teil noch der komische Squad, oder Squall wieder heißt, halt die ganzen Leute sind da irgendwie dabei, wie doch mal aussehen soll, ja, schade wieder, gell, ja, Also, da kann ich's machen, ey, das ist die, das war die- sowas, die sicherlich, die Sedia seine Fernsehsstore Network, eh wieder Onlinescheiße, halt, wie immer. Ey, die...